Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Stral gefurchtes Trauma. Da ist die Zange abgerutscht. Werden Sie denjenigen kriegen, der das getan hat? Ich werde es versuchen. Hey, Brass, es gibt eine weitere Leiche. Das ist unmenschlich. Wie ist sie da reingekommen? Sowas kann keiner alleine machen. Es tut mir so leid. Wieso sollte die etwas leid tun? Fühlst du dich jetzt schon überfessig? Ich weiß, Sie verstehen, was wir tun. Es wird noch mehr Opfer geben, nicht wahr? Wie viele noch? Lass uns verschwinden. Sie sollten nach Hause gehen zu Ihren Kindern. Dad, du bist nie da. Wenn dieser Fall abgeschlossen ist, wird alles anders. Das verspreche ich dir. Viermal Komm und Sie. Eins für jede Richtung. Komm und Sie was? Hey, das sollst du dir nicht ansehen. Das darf doch nicht wahr sein. Kapitel 6, Komm und Sie. Das sind die vier Reiter der Apokalypse. Vier Reiter. Vier Opfer. Sie werden sie nicht finden. Wir suchen jemanden mit einer medizinischen Ausbildung. Ein außerordentliches medizinisches Genie. Die haben sich die Reiter aus einem bestimmten Grund zum Vorbild genommen. Rechnen Sie damit, dass alles noch viel schlimmer wird. Wir sollen wissen, dass Sie da sind. Sie versuchen, uns zu etwas hinzuführen. Sie bereiten etwas vor. Und das wird morgen passieren. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Helft mir doch! Helft mir doch! So helft mir doch! KORI!